Wenn es noch etwas passieren sollte, davon geht man aber im Moment nicht aus. Die meisten Leute ziehen ab oder machen dummes Zeug wie dieser Kollege hier und du verschwindest jetzt mal. Und das geht hier den ganzen Tag so im Prinzip. Das ist auch eine Art von Beschäftigungstherapie. So, ihr seht also, es wird problematisch. Es ist den ganzen Tag so. Wir wollen im Prinzip als Fazit nur sagen, dass es im Prinzip friedlich ist bis zu diesen einzelnen Ausschreitungen. Ich kriege jetzt hier von rechts die Sachen drauf. Ich glaube, es macht wenig Sinn. Wir schalten mal rüber hier. Und die Polizei hat uns gerade auch in einem Statement gesagt, dass sie weiterhin bereit sind, hier zu kontrollieren. Es macht einfach keinen Sinn hier. Peter, wir sehen, es ist wirklich sehr schwer, im Moment vor Ort zu berichten, vor dem Brandenburger Tor, unser Kollege Peter Hell.